So Leute, jetzt gibt es Gamer, die beim Cheaten erwischt wurden. Das Video ist von krass, schaut unbedingt mal vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und let's go! Wenn du in letzter Zeit ein Online-Multiplayer-Spiel gespielt hast, weißt du, dass Cheater ein großes Problem sind. Manche Cheater installieren Hacks, um das Spiel für sich einfacher zu machen oder um es für alle anderen zu ruinieren. Andere halten sich für so schlau, dass sie Spiele mit diesen Cheats heimlich live übertragen und so tun, als wären sie so gut, nur um ein Publikum zu gewinnen. Ein falscher Knopfdruck genügt, um ihre wahren Absichten aufzudecken. Werfen wir einen Blick auf weitere Streamer und Spieler, die beim Cheaten erwischt... Ey, da muss ich sagen, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Ja, okay, ich installiere mir irgendwelche Hacks und dann streame ich das auf Twitch und gehe mega ab. Ist doch klar, dass es irgendwann auffällt, oder nicht? Icy Wichsen und Bearded Banger. Bearded Banger, Alter. Sie ist eine der größten und umkämpftesten Online-Multiplayer-Spiele-Serien auf dem Markt. Sie ist so beliebt, dass Alec Zedra, die Synchronsprecherin der Wacom-Operator Mara, allein auf Twitch über 475.000 Follower hat. Gelegentlich hilft sie kleineren Call-of-Duty-Streamern, indem sie sie auf ihrem Kanal hostet. Doch eines Tages, als sie eine Streamerin namens Icy Wichsen vor Tausenden ihrer Follower moderierte, bemerkte sie, dass das Mädchen gut spielte. Zu gut. Hast du das gesehen? In der Millisekunde, in der sie den Hügel überquerte, traf sie mit einem perfekten Schuss ein weit entferntes Ziel, das sie vorher nicht einmal gesehen hatte. Ja, aber ich weiß nicht mal, ob im Livestream würde mir das wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Ich würde einfach denken, boah, Alter, ist sie krass. Jetzt, wo man weiß, okay, das könnte jemand sein, der cheated. Das, meine Freunde, ist verdächtig. Wichsen schienen einen Wallhack oder einen Aimbot zu benutzen, vielleicht beides. Wallhacks oder ISP-Hacks ermöglichen es Spielern, Feinde durch feste Objekte wie Wände und Gelände hindurch zu orten, während Aimbots eine bessere Zielerfassung ermöglichen und es somit leichter machen, andere Spieler zu treffen. Beide Hacks sind in Call-of-Duty ausdrücklich verboten, aber es sah so aus, als hätte IC Vixen mit diesem sonst unmöglichen Schuss 2 von 2 getroffen. Zu Recht verärgert stellte Alex Nachforschungen an und fand schnell heraus, dass IC Vixen ein Model war, dessen Streaming-Partner Bearded Banger das Spiel ebenfalls gehackt hatte. Die meisten betrügenden Streamer kalibrieren ihre Hacks so, dass ihr Betrug nicht allzu offensichtlich ist. Aber dieser Kerl war so dreist, sein Publikum glauben zu lassen, er könne seine Gegner so genau verfolgen. Was? Okay, das ist schon echt auffällig. Das ist ja so perfekt geaimt die ganze Zeit. Der so denkt. Alex verlor keine Zeit und rief die beiden via Twitter zur Ordnung. Twitch schaltete beide Streams sofort ab, sperrte sie und die peinliche Reaktion führte dazu, dass beide ihre Social-Media-Accounts löschten. Doch damit war das Drama noch nicht vorbei. Echte Spieler begannen, Vixens frühere Streams zu analysieren. Sie zielte immer perfekt, selbst wenn sie ihre Hände nicht in der Nähe ihres Setups hatte. Ja genau, das ist halt das Ding, was ich meine mit wenn du dann drauf achtest, ist krass. Es schien so, als hätte sie diese Hacks jahrelang unbemerkt benutzt. Wenn man bedenkt, dass sie in absehbarer Zeit nicht mehr in der Gaming-Community zu finden sein wird, hoffe ich, dass sie beim Modeln besser ist als bei Call of Duty. Da die meisten Online-Multiplayer-Spiele und Streaming-Seiten eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug haben, müssen die Streamer, die sie nutzen, sehr vorsichtig sein, was sie ihrem Publikum zeigen. Sonst könnte es passieren, dass sie live im Stream betrügen, wie dieser Idiot hier. Oh nein. Nein, alter Junge. Sie schnitten seinen ehemaligen Fans und Kritiker das Video zusammen und verbreiteten es online. Beschämt und gedemütigt löschte Young schnell seine Social-Media-Konten und wurde auch von Twitch verbannt. Ich kann mir vorstellen, dass es wehtut, bloßgestellt zu werden, aber aus Versehen bloßgestellt zu werden, muss eine ganz andere Art von Schmerz sein. Twisted Bear Wenn man bedenkt, wie hart umkämpft Call of Duty ist, muss man entweder sehr gut oder sehr dumm sein, um in so einer Twitch-Bio zu behaupten, man sei der beste Modern-Warfare-Spieler. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich finde zum Beispiel bei Twitch muss man nicht unbedingt der beste Spieler der Welt sein, sondern ich finde Streams eigentlich immer am coolsten, wo die Person dahinter auch irgendwie für mich interessant ist. Da brauche ich keine krassen Kill-Rounds oder... Versteht ihr, was ich meine? Erstaunlicherweise hat der Streamer Twisted Bear im Jahr 2020 genau das getan. Und ich sage dir, der Typ war nicht sehr hell. Er war ein ziemlich talentierter Spieler mit guten Statistiken und begann seinen Stream wie üblich damit, seine Gegner aus allen Winkeln zu zerstören. Aber in einem idiotischen Manöver vergaß er den Knopf zu drücken, der die Hacks, die er offensichtlich benutzte, vor seinem Stream-Aufnahmen verbar. Wie oft das passiert? Für alle, die Modern Warfare nicht spielen, kann ich sagen, dass die gelben Kisten und leuchtenden Exoskelette der Gegner, die überall auf der Karte zu sehen sind, nicht normal sind. Das ist ein Warhack wie aus dem Lehrbuch. Der Clip machte in Foren wie Reddit schnell die Runde und wurde von vielen Leuten gemeldet. Da sowohl Call of Duty als auch Twitch eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Cheatern haben, wurden beide Accounts gesperrt. Das wusste ich gar nicht, dass das total verboten ist. Das ist also klar, in Spielen, dass die Leute von Call of Duty die bannen, ist klar. Aber dass auf Twitch direkt die Leute fürs Cheaten gebannt werden. Er mag sich für einen Top-Gamer gehalten haben, aber das war ein Anfänger. Aber man verarscht ja auch seine Zuschauer. Man braucht keinen Wallhack, um die Gefällt-mir- und Abonnieren-Buttons unten zu finden und man braucht wohl auch keinen Aim-Pod, um sie zu treffen. Ich sage wahrscheinlich, aber beweis mir das Gegenteil. Okay, wer ist denn Neste? Semper 0311 Wenn Spieler beim Cheaten erwischt werden, gibt es normalerweise zwei Möglichkeiten. Was? Entweder sie entschuldigen sich emotional oder sie verschwinden wortlos... Hat der eine auf einem Turnier gecheatet? Oh, da sieht man auch viele Dinger. Semper spielte Destiny 2 vor weniger als 20 Zuschauern, als jemand im Chat bemerkte, dass seine Gegner durch Wände hindurch erschien und in verräterischen roten Kästchen hervorgehoben wurden. Dummerweise las Semper den Kommentar verdutzt vor und bemerkte viel zu spät, was er getan hatte. Als er bemerkte, dass er beim Stream von Hex erwischt worden war, tat Semper verwirrt, als wüsste er nicht, was die roten Kästchen waren und beendete den Stream. Er löschte das Material schnell, aber erst nachdem seine Follower die schlimmsten Stellen herausgeschnitten und online gestellt hatten, damit die ganze Community... Krass, wie schnell die dann aber auch schalten, die Zuschauer, und dann zack, zack, download, ab dafür. Selbst dann tat er noch so, als wüsste er nicht, was das für ein eklatanter Wallhack war. In späteren Streams drohte er seinen Zuschauern sogar mit dem Bannhammer, um sie davon abzuhalten, das Thema anzusprechen. Na, aber dann frage ich mich so, warum entschuldigst du dich nicht einfach? Warum sagst du nicht, Leute, okay, ganz ehrlich, ich hab's gemacht, es tut mir leid, ich war verzweifelt, ich hab ein richtig räudiges Aim, aber ich werd das nie wieder machen, ich werd ab sofort richtig reingrinden und versuchen, geileres Aim für euch als Zuschauer hinzubekommen. Also, warum nicht einfach sagen, sorry, es tut mir leid, weil, also, so blöd das Ding, aber Fehler sind nun mal einfach menschlich. Und das war jetzt, das war schon echt scheiße, was er gemacht hat, kann ich nicht verstehen, aber dann so... Doch, er änderte seine Meinung schnell. Wie geht das weiter? Ja, aha, das ist auch schon wieder so dieses, hä, oh, ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind und wie sie sich aktiviert haben, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Ach, Leute. Macht er vielleicht Clara für die Hex auf seinem Computer verantwortlich? Wenn du diesen Witz nicht verstehst, schau dir Teil 1 der Serie an. Trotz seiner vorgetäuschten Unwissenheit wurde Semper aus dem Spiel geworfen. Ich schätze, es war einfach nicht sein Schicksal, ein professioneller Spieler zu werden. Solista Viele Spieleentwickler haben jahrelang Systeme entwickelt, um Spieler zu erkennen und zu sperren, die Hex im Spiel verwenden, aber nur wenige sind so gut wie das System von Valorant. Dieser teambasierte Ego-Shooter wurde erst 2020 veröffentlicht, aber es dauerte nicht lange, bis Cheater eine Reihe von Hex entwickelten, die ihn zum Sieg verhalfen. Sobald jedoch das Vanguard-System des Spiels feststellte, dass jemand Hex verwendet, wird das gesamte Spiel beendet und der Cheater aus dem Spiel entfernt, um die Ranglisten dieses lästigen Idioten freizuhalten. Aber Vanguard ist nicht perfekt, was der Streamer und Spieler Solista am April 2021 ausnutzen wollte. Solista war auf Platz 65 von Millionen nordamerikanischer Spieler und machte sich langsam einen Namen in der Valorant-Community. Doch plötzlich passierte das in seinem Stream. Oh nein. Er wurde geba- Oh! Warte mal, ich müsste vielleicht mal, das hätte ich vielleicht schon mal einen Ticken früher machen können, teilweise meine Facecam nach unten setzen, weil ich glaube, die meisten Leute haben immer oben links ihre Cam. Ja, Vanguard schaltet das Spiel ab, weil Solista- So viel dazu, jetzt ist er plötzlich oben rechts. Gut, ich werde wahrscheinlich so oder so mal einen über- egal, weiter, komm. Gecheatet hatte. Er mag vielleicht verwirrt aussehen, aber für mich war das das am wenigsten überzeugende Echtalter, das ich je in meinem Leben gehört habe. Nachdem er wie ein kleines Kind vor dem Problem davongelaufen war, begann die anderen Spieler Ausschnitte aus Solistas Spiel zu analysieren und das sah im Nachhinein verdammt verdächtig aus. Er zielte auf fragwürdige Weise auf die Köpfe der Gegner und schien zu schießen, ohne auch nur einen Knopf zu drücken. Solista behauptete später, er habe die Leertaste nur außerhalb der Kamera zum Schießen benutzt, aber der Schaden war angerichtet. Solistas Name wurde aus dem Ranked entfernt, seinen Twitch-Account gelöscht und er hat sich seitdem nie wieder online gemeldet. Vor allen Dingen weltweit Platz 65, das ist doch bestimmt mega gut. Paximo Streamer, die Hex verwenden, versuchen dies während der Übertragung nicht offensichtlich zu machen, da ihr Publikum das sonst rausfinden und das Material als Beweis verwenden könnte. Der Valorant-Spieler und Twitch-Streamer Paximo scheint diesen Hinweis aber nicht erhalten zu haben. Er konnte zwar das wachsame Vanguard-System austricksen, aber den Adleraugen seiner Follower im Juni 2021 entging er nicht. Warte, hat er die Leute weggemacht? Hast du das gesehen? Durch den Spielen und Verlangsamen. Irgendwie wusste Paximo, dass jemand hinter der Mauer war, verfolgte ihn perfekt und schoss ihm in den Kopf, als er herauskam. Als wäre das nicht schon verdächtig genug, schoss er auch noch perfekt durch den Rauch, obwohl er das Ziel nicht sehen konnte. Wo sehe ich denn, dass er jemanden gekillt hat? Sorry, ich muss sagen, ich habe das Game noch nie geradelt. Ein Fingerfehler. Nachdem ihn einige Leute angezeigt hatten, schlug das Karma schnell zu. Paximo dachte, er sei zu schlau, um sich erwischen zu lassen und versuchte, sich mit einem anderen Account wieder einzuloggen, aber Vanguard ließ ihn nicht. Und wieder gebannt. Krass! IP-Band. Dude, actually, I don't know, what's going on. Als er merkte, dass das kein Fehler war und er wirklich erwischt worden war, schaltete er den Stream schuldbewusst ab. Vanguard sperrt nämlich die Hardware-ID des Nutzers, sodass er sich nicht mehr eidloggen kann, es sei denn, er kauft sich einen neuen PC zum Spielen. So was gibt's? Da wird deine Hardware gebannt? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Krass. Auch bei Twitch wurde er schnell gesperrt und hat sich seitdem nicht mehr online gezeigt. Ich denke, die Lektion hier ist, wenn du schon so dumm bist zu betrücken, dann sei wenigstens schlau genug, dich nicht erwischen zu lassen. Wenn du nicht gut bist, dann mach's wie Palado. Versuch einfach ein bisschen Quatsch zu labern. Also die Leute zu entertainen, wisst ihr, was ich meine? Beispiel Fortnite. Ich hab ja auch ein paar Mal Fortnite gebracht. Aber die Leute haben das ja nicht geguckt, weil's super geiles Gameplay zu sehen gab. Also ich bin halt einfach nicht gut in Ego-Shootern. Das geb ich auch gerne zu. Aber wir haben dann halt einfach anderweitig versucht, das Video mit ein bisschen Entertainment zu füllen. Also versteht ihr, was ich mein? Das Vanguard-System von Valorant mag gut sein, aber es ist nicht perfekt, wie sie bei ihrer offiziellen TGS-Signature-Series enttäuscht feststellen mussten. Das Turnier war mit einem Preisgeld von 2000 Dollar dotiert und zog die besten der besten Teams aus der ganzen Welt an. Was? 2000 Dollar? Also no front, aber sind diese Fortnite-Turniere nicht immer 20 Millionen? Im Viertelfinale verblüffte Riot vom Team Tokio die Zuschauer mit seinen Fähigkeiten und das nicht im positiven Sinne. Der cheatet bei einem Turnier. Hast du das gesehen? Okay, diese Bilder sind aus dem Turnier-Modus, also sollte Riot die roten Figuren hier nicht sehen. Aber sein Fadenkreuz hat sofort einen Feind hinter der Wand erfasst und den sichtbaren Feind vor ihm völlig ignoriert. Die Anschlusslöcher sind der Beweis. Das ist der beste Aim-Bot-Hack aller Zeiten. Der Clip verbreitete sich schnell in der Valorant-Community und Riot's Account wurde zurecht gebannt. Sayonara, Cheat. Krass. Das wäre mir null aufgefallen. Weil ich habe mich gefragt, hä? Den kenne ich, das ist doch so ein, so ein, auch ein Streamer. Für einen Geldpreis erwischt zu werden ist schon schlimm, aber bei einem Charity-Gamer erwischt zu werden ist noch schlimmer. Während der Twitch-Rivals-Fortnite-Streamer Bowl 2020 wurde der beliebte Streamer Nicky30 mit dem NFL-Spieler David Morgan zusammengebracht. Der Sieger sollte einen Teil des Preispools von 500.000 Dollar für einen wohltätigen Zweck seiner Wahl gewinnen. Um das Turnier fair zu gestalten, legten die Regeln fest, wo auf der Karte von Fortnite die Spieler landen dürften. Wenn die Spieler außerhalb dieser Zone landeten, bekamen sie eine Verwarnung. Wiederholte Verwarnungen kosteten Punkte und führten schließlich zum Ausschluss aus dem Turnier. Ziemlich einfach, aber Nick hatte eine ganz andere Strategie im Kopf. Tut mir leid, Nick, aber wenn man in einem Charity-Stream beim Betrügen erwischt wird, ist das definitiv eine schlechte Sache. Am Ende landeten die beiden außerhalb der erlaubten Zone und verärgerten damit viele andere Teilnehmer. Obwohl sie technisch gesehen betrogen hatten, landeten sie am Ende auf dem sechsten Platz und gewannen 30.000 Dollar für ihren guten Zweck. Okay, es war nicht der schlimmste Betrug aller Zeiten, wenn er überhaupt, dann war es der Betrug für einen guten Zweck. Aber Nicks Aktion hat die Fortnite-Community wirklich gespalten, weil er ungestraft davongekommen ist. Was denkst du, hat Nick eine Verwarnung verdient oder ist es in Ordnung für einen guten Zweck zu cheaten? Naja, aber das war ja kein richtiges Cheaten, oder? Es gab die Regeln und die Regel war halt, okay, ihr kriegt eine Verwarnung, wenn ihr außerhalb landet. So, er hat halt die Verwarnung kassiert. Schwieriges Thema, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Also ich finde, das ist absolut kein Vergleich zu, yo, ich cheate und so weiter. Wie man so schön sagen würde, Systemdribble. Einige der Cheater in diesen Online-Spielen sind so dumm, dass man sie auf die offensichtlichste Art und Weise dazu bringen kann, ihre Hacks zu verraten. Ein Beispiel dafür ist unser nächster Twitch-Streamer, der beim Cheaten erwischt wurde. Oh, schicker PC. Als Highscore-Fan von Call of Duty Warzone wurde er ein wenig übermütig und fing an, gegnerische Spieler durch Wände zu schlagen. Seinem Chat gefiel das gar nicht und verlangte einen Einblick in seinen Taskmanager, um zu beweisen, dass er keine illegalen Programme im Hintergrund laufen hatte. Er tat so, als sei alles in Ordnung und drückte fröhlich Steuerung alt entfernen, um ihn aufzurufen. Aber er vergaß, wo all seine Fenster waren und stattdessen erschien etwas anderes im Stream. Was denn? Enemy UAV, overhand! Nein. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Wait, but you have a window? Nein, Control-Alt-Delete. Wenn du Teil 1 dieser Serie gesehen hast, erkennst du vielleicht das bekannte Pop-Up von Engine Owning. Engine Owning ist eine Firma, die billige Cheats für Spiele wie Warzone herstellt. Doch unter auch, wie Captain Baldi der Welt gerade gezeigt hat, die gute Alte zielt auf Gegner Zielhilfe. Und siehe da, er hat sie auf Angestellt. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er den Fehler schnell bemerkt hat, aber die Zuschauer im Chat waren noch schneller. Sie machten sich über Captain Baldi lustig und er wurde kurz darauf vorübergehend von Warzone und Twitch verbannt. Krass. Twitch hat seinen Account schließlich wieder freigeschaltet, aber seitdem werden alle Streams von ihm von Leuten überschwemmt, die ihn einen Cheater nennen. Nun, sie haben ja nicht Unrecht. Any ROG. Du denkst vielleicht, dass man nur bei PC- oder Konsolenspielen schummeln kann, aber dank ROG Stream wissen wir jetzt, dass man auch bei Handyspielen schummeln kann. Was? ROG Stream wird von der indischen YouTuberin Aparna, auch bekannt als... Ah, nee, warte, man sieht alles, alles cool. ...Handy betrieben. Durch das Spielen von PlayerUnknown's Battlegrounds, kurz PUBG Mobile, hat sie mehr als 300.000 Abonnenten auf YouTube und 2,2 Millionen auf Facebook gewonnen. Dazu muss ich immer noch sagen, eine Sache, die ich krass finde, was aus Handy-Games geworden ist. Junge, als ich, wirklich, als ich ein kleines Kind war, da gab es Snake. Das waren so Pixel, die sich so... Junge, und jetzt spielt man da PUBG. ...spiele über den offiziellen Emulator auf ihrem PC, was Sinn macht, denn sie streamt ja auch. Zu Beginn eines ihrer ersten Matches 2019 taucht er doch etwas Seltsames in ihrem Stream auf. Uh, oh. Oh ja, warte mal, warte mal, guck mal hier. Paleto ist wieder im Weg, da geht ihr aber auf gut Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. Guck mal hier, da, dieses Gesicht. Uff. Panik. Panik-Mode. Hm, ich spiele PUBG nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die großen gelben Linien, die den Standort, den Namen und die Werte des Gegners anzeigen, nicht angezeigt werden sollten. Annie fand das auch nicht, wie man an ihrem panischen Blick sehen konnte. Ja, ja, krass. Es war ziemlich offensichtlich, dass sie eine Art Wallhack oder ESP-Hack benutzte, also verließ sie schnell das Spiel und versuchte zu erklären, dass sie nicht wusste, was das war. Aber die Spielergemeinschaft glaubte ihr kein Wort. Später lud sie ein Entschuldigungsvideo hoch, in dem sie zugab, Hacks verwendet zu haben und ihre Follower um Verzeihung bat und Besserung gelobte. Sieht so aus, als hätte sie sich selbst gespielt. Ja, dazu muss ich aber sagen, ich persönlich finde, das ist wenigstens okay, sozusagen Probleme erkannt. Hey, ich habe Scheiße gebaut, Leute. Ich hoffe, wenigstens ein paar können mir verzeihen. Einige werden sagen, okay, du bist für mich durch. Aber das finde ich zumindest besser, als Leute sagen, ey, ich weiß nicht, wie das auf den PC gekommen ist. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich mein Hund, der ein bisschen gecheatet hat. Dranko R6 Das Einzige, was noch besser ist, als ein Betrüger live im Stream zu sehen, ist zu sehen, wie jemand ihn dazu bringt, sich selbst zu entlarven. Und zu unserer Freude hat MastermindGMZ genau das im Jahr 2020 getan. Er spielte gerade Rainbow Six Siege, als er bemerkte, dass ein Spieler die Position der anderen etwas zu gut vorhersagte. GMZ beschuldigte ihn des Cheatens, aber der dreiste Hacker lot GMZ ein, einen Blick auf seinen Stream zu werfen, um zu beweisen, dass er es nicht tat. GMZ fragte ihn nach den Namen des Streams und bat ihn, sein Streamlabor zu zeigen. So konnte er sehen, ob er die Hex mit seinem Game Capture versteckte. Natürlich gab sich der Streamer Franko R6 zu erkennen und tat, was GMZ von ihm wollte. Aber er wusste nicht, dass dadurch die Warhacks für die ganze Welt sichtbar wurden. Oh Gott. Wer noch nie Rainbow Six gespielt hat, dem kann ich jetzt sagen, dass diese grünen Kästchen, die den Standort des Gegners anzeigen, nicht normal sind. Peinlich berührt fing das Team an, ihn im Chat auszulachen und erst dann wurde Franko R6 klar, was er getan hatte. Oh, so klingt jemand, der weiß, dass er Mist gebaut hat. Seitdem hat er getan, was jeder in Love der Betrüger mit einem funken gesunden Menschenverstand tut. Er hat Twitch von seiner Präsenz befreit. Gut gemacht, GMZ, du hast Gottes Werk getan. Gelegenheitsspieler, die beim Cheaten erwischt werden, sind eine Sache, aber professionelle Spieler, die betrügen, sind etwas ganz anderes. Das ist schon ein übertrieben heftiges Level, wenn du so weit kommst, dass du plötzlich Pro bist, aber ich cheate. Jo, Messi einfach, Messi hat die Hacks. Das musste Zenith E-Sports 2019 feststellen, als sie neue Mitglieder für das Apex Legends Team suchten. Krass. Um einige ihrer neuen Talente zu testen, organisierten sie ein freundschaftliches Scrim-Match gegen ein anderes professionelles Team. Doch mitten im Spiel fiel ein anderer Profispieler namens Rogue auf, der zufällig ein Mitglied des Zenith Teams beobachtete und ein sehr verdächtiges Verhalten an den Tag legte. Ja, gehen wir mal zurück. Hast du gesehen, wie er... Ja, dieser eine Schuss genau da, das war ein bisschen sass. Die Wand geschossen hat, bevor er den Kerl verfolgt und ihn erschossen hat, als er oben auftauchte? Er konnte nicht wissen, dass der Kerl da war. Es sei denn, er hat ein Wallhack. Der Betrüger war Elm Zero, ein Spieler, den Zenith rekrutieren wollte. Dann wurden weitere Bilder veröffentlicht, die Elm beim Aufwärmen mit einem unnatürlich engen Tracking-Muster zeigten. Es war offensichtlich, dass er eine Art Tracking-Hack eines Drittanbieters nutzte. Zenith war das so peinlich, dass sie Elm Zero sofort aus ihrem Testpool ausschlossen. Immerhin hat sich Elm Zero einen Namen gemacht, wenn auch keinen guten. Lee SDA. Bei Mario? Speedrunning ist eine Spielart, bei der Spieler Spiele in der schnellstmöglichen Zeit abschließen. Ein bisschen wie Rennveranstaltungen für Meganerds. Es erfordert hunderte Stunden Training und superpräzises Tastendrücken, wobei die offiziellen Spitzentätze nur wenige Sekunden auseinanderliegen. So nerdig das auch klingen mag, Speedrunning ist eine ernsthafte Angelegenheit mit einer unglaublich cleveren Community, von der Lee SDA 2014 dachte, er könnte sie austricksen. Er streamte seinen Speedrun von Super Mario World to Yoshi's Island und beobachte... Warte mal, Paletto geht mal wieder ein bisschen... ...dabei erfahrene Speedrunner wie Trihex und Carl Sagan. ...und sie waren beeindruckt. Aber... etwas stimmte nicht. Lee sollte nicht in der Lage sein, solche Sprünge zu machen. Sie dachten, dass Lee Tool gestützte oder gehackte Runs aufnahm und sie dann abspielte, während er vorgab live zu spielen. Lee versuchte idiotischerweise zu beweisen, dass er nicht betrügt, indem er einen weiteren Run streamte, aber diesmal war die Kamera auf seine Hände gerichtet, damit seine Zuschauer sehen konnten, dass er alle entsprechenden Knöpfe drückte. Und das war ein großer Fehler. Er konnte mit dem assistierten Lauf nicht mithalten und seine Zuschauer konnten Bild für Bild sehen, dass Yoshi sich bewegte, ohne dass Lee die richtigen Knöpfe drückte. Mit all den Beweisen, die sich gegen ihn stapelten, hat er Lee ein weiteres Spiel verloren. Game over. Bei Speedruns! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Völlig verrückt. Das ist wirklich Junge. Bei Speedruns cheaten. Wenn du Call of Duty Warzone spielst, wird es dich nicht überraschen, dass seit dem Start im Jahr 2020 mehr als 500.000 Cheater gebannt wurden. Diese Typen ruinieren fast jedes Match und die meisten von ihnen machen sich nicht einmal die Mühe zu verbergen, dass sie cheaten. Im Jahr 2020 gelang es dem prominenten Twitch-Streamer Norvan Lion, der mehr als 450.000 Follower hat, aus einem von ihnen ein Spektakel zu machen. Er und sein Team wurden von einem einzigen Spieler eliminiert, der scheinbar unschlagbar war. Misstrauisch begann Norvan Lion und einige andere Spieler, den Stream des Spielers zu beobachten und was sie sahen, war so schamlos, dass sie sich das Lachen nicht verkneifen konnten. Das waren ungefähr 18 Kopfschüsse in 3 Sekunden. Sieht echt aus, aber es sollte noch lustiger werden, denn die Kamera war gleich um die Ecke. Wie die Spielergemeinde weiß, gibt es nichts Schlimmeres als zu cheaten, zu cheaten und trotzdem zu verlieren. Und dann noch drauf zu gehen, Junge. Schadenfreude. Oh, den kenne ich. Ist das nicht? Ah, wie heißt der? Es macht Spaß, einen Cheater zu ärgern, aber der Streamer CoRage verriet, dass es pures Serotonin ist, wenn er live im Spiel gebannt wird. Der YouTuber mit 3,4 Millionen Followern spielte gerade mit seinem Team Call of Duty Warzone, als er bemerkte, dass jemand mit Hex spielte, die ihn durch eine Tür erschießen konnte. Nicht cool. Nachdem der Hacker, der sie selbst Mini Ninja nannte, den Großteil seines Teams ausgelöscht hatte, begannen sie, sein Spiel zu beobachten und stellten ihn zur Rede. Mini Ninja zeigte ihnen, dass er sie hören konnte und machte sich über sie lustig. Also der streamt gerade, oder was? CoRage war verärgert, aber anstatt aus Wut aufzugeben, beschloss er sich zu rächen. Er fand heraus, wie Mini Ninjas eindeutige Spiele-ID-Nummer lautete und erkannte, dass die Spielmods sie mit dieser Information live bannen konnten. Er kontaktierte sie, drückte ihnen die Daumen und dann, als nur noch wenige Spieler im Spiel waren, passierte das. Wo sieht er denn, dass er gebannt ist? Die Gerechtigkeit wurde an diesem Tag heiß serviert. Vielleicht werden... Ja, aber krass, was hat der denn für Kontakte, dass er instant jemanden bannen lassen kann? Wir haben nie erfahren, wer Mini Ninja wirklich war, aber auf jeden Fall war das einer der befriedigendsten Warzone-Momente der Geschichte. Dream. Das ist der große Wurf, zumindest für die Minecraft-Community. Das plattformübergreifende Sandbox-Abenteuer ist das meistverkaufte Videospiel der Geschichte und hat Millionen begeisterter Fans, vor denen einige mit Speedruns noch einen Schritt weiter gehen. Dabei versuchen die Spieler, das Spiel mit völlig zufällig generierten Gegenständen in der schnellstmöglichen Zeit zu beenden. Natürlich gehört auch eine gehörige Portion Glück dazu, zumindest wollte Dream das Glauben machen. Dieser YouTuber wurde 2020 durch seine superschnellen Minecraft-Speedruns berühmt, die ihm mehr als 26 Millionen Abonnenten einbrachten. Im Jahr 2020 reichte er einen zufälligen Speedrun ein, der ihn auf Platz 5 der offiziellen Rangliste katapultiert hätte, aber das Verifizierungsteam lehnte ihn überraschend ab. Dream war verwirrt und wehrte sich gegen die Entscheidung, veröffentlichte dann aber ein 29-seitiges Dokument, in dem die Berechnungen hinter dem angeblichen Zufallslauf von Dream erläutert wurden. Kurz gesagt, der Lauf war unmöglich ohne irgendeine Art von Betrug. Wie unmöglich? Nun, um das Ende des Spiels zu erreichen, braucht man als Spieler zwei wichtige Gegenstände, Enderperlen und Feuerstäbe. Erstere bekommt man am schnellsten, wenn man mit Piglins tauscht, obwohl die Chance, dass sie zufällig eine Enderperle fallen lassen, nur bei etwa 5% liegt. Dream hat es in seiner Runde aber 42 von 262 Mal geschafft, eine Enderperle zu tauschen. Okay, und wie hoch ist sie wahrscheinlich? 16%, aber das war noch nicht alles. Diese Feuerstäbe werden in etwa 50% der Fälle von besiegten Blazes fallen gelassen. Dream bekam 211 Stäbe von 305 besiegten Blazes, das sind 69%. Nicht schlecht. Nun ist Glück kein Beweis für Betrug, aber statistisch gesehen hatte Dream eine Chance von 1 zu 177 Milliarden, die Tauschgeschäfte zu bekommen, die er gemacht hat, und eine Chance von 1 zu 113 Milliarden, dass die Stäbe fallen gelassen wurden. Einmal so viel Glück haben ist schon verdächtig, aber zweimal? Unmöglich. Also behaupteten die Mods, dass Dream etwas Böses im Hintergrund laufen ließ, das seine Chancen erhöhte, auch wenn sie es nicht beweisen konnten. Dream bestritt das zunächst vehement. Er stellte alle Dateien zur Verfügung und engagierte sogar einen Astrophysiker, um die Zahlen zu überprüfen. Aber nachdem er monatelang seine Einstellungen durchforstet hatte, wurde ihm schließlich klar, was passiert ist. Er hatte geschummelt. Aus Versehen. Er hatte eine Reihe von Mods installiert, die ihm beim Stream helfen sollten, aber eine Komplikation mit einem Minecraft-Update führte dazu, dass mindestens sechs seiner Speedruns betroffen waren. Auf Pastebin veröffentlichte er daraufhin eine lange Entschuldigung, in der er erklärte, dass er nicht betrügen wollte. Aber ob Absicht oder nicht, der Schaden war angerichtet. Einige seiner treuesten Fans verteidigten seine Taten, während sich viele andere gegen ihn wandten und ihm vorwarfen, nur aus Machtgier gehandelt zu haben. Zu seiner Ehrenrettung... Aber was für Mods machen denn sowas? ...bei aber gesagt, dass Dream an diesem Drama keinen Cent verdient hat. Der gestreamte Twitch-Run wurde nicht durch Spenden finanziert, nicht monetarisiert und nicht einmal auf YouTube hochgeladen. Schließlich entschuldigte er sich, lobte das Speedrunning-Mod-Team für die gute Arbeit und machte weiter. Kein schlechter Run, wenn du mich fragst. Naja, das Ding ist, bei Dream, bei dem lief doch schon vorher, oder? Also warum da bei diesem Speedrun irgendwie betrügen? Aber nur gut, Leute, das war's mit Cheatern für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.